Ich bin Dennis Klimek. Vom Beruf bin ich Vermögensberater. Spezialität ist die Absicherung des Menschen im Ganzen, nach seinen Wünschen und Zielen, ihn darauf vorzubereiten, wie ich das Ganze finanziell auf die Beine bringen kann. Ich bin zwar recht jung, aber ich sage ganz ehrlich, ich stehe für die alten Werte, Vertrauen, Zuverlässigkeit und ich orientiere mich nach dem Kunden und nicht nach meinen Gedanken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017